Und wir sind zurück und sind dabei darauf zu warten, dass jemand bei dem Transportschiff auf Expert mitmachen möchte. Ihr kann ja nicht schaden, wenn man da nicht alleine reinrennt. Aber ich mag wieder keiner mit mir spielen. Ich glaube, das wird einfacher, wenn die Community dabei ist. Oh, doch, einer mag. Juhu! Und wir hoffen, dass es diesmal von Anfang an klappt. Aber das sehen wir gleich. Hey, da sind ganz viele Charaktere, die noch nicht den ersten Challenge gemacht haben. Hö, hö. Sprach die, die seit, ich glaube, einem guten halben Jahr auf einem Charakter zwischen level 20 und 30 rumguckt. Ich glaube, in der Zeit haben die anderen schon vier gemaxt oder so. Controller noch an, Controller noch an. Dann ist gut. So, hoffen wir mal, dass ich den zweiten Part jetzt hier noch in den Kasten kriege. Knapp 15, naja, mindestens 10 Minuten müssen es werden. Wäre jedenfalls nicht verkehrt. Ach, kommt schon. Dann sind wir halt nur zu zweit. Da müssen wir anfangen. Bitte. Oh, okay, wir sind zu drüßt. Yeah. Wenn's dann klappt. Was? Großes Bergwerk, mindestens nochmal. Nochmal? Woher ich in die Quest jetzt her? Naja, was soll's. Kann man machen. Muss man nicht. Kann man. Ja. Okay. Starten, bitte. Nicht abbrüchen. Ja, da. Ja, gut. Jetzt und. Na bitte. So muss das sein. So muss das sein. Auf geht's. Flup, flup. Oh. Ich werde bei Gelegenheit mal meine hier komplett neu einkleiden. Ist ja lieb, dass Chunk mir so viel gegeben hat, aber ich will mir, wenn, ein Avatar-Set holen. Ach, da ist was. Wenn ich denn mal Geld hab, was ja momentan echt Mangelware ist. Aber das wird schon werden. Hup, bin ich runtergefallen. Vielleicht will ich aber gar nicht unten lang. Aber die andere will unten lang. Nein, wir wollen oben lang. Die Mehrheit siegt. Hui. Und los geht's. Wir prügeln alles windelweich, windelweich, windelweich. Okay, runter. Oh. War ein Angriff. Oh, ist schon weg. Na gut. Weiter. Kommt schon, Mädels. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob dahinter ebenfalls Mädels stecken. Das kann man in dem Spiel schlecht, das kann man allgemein in dem Spiel schlecht sagen. Genug Kerle, die auch weibliche Charakterspielen und andersrum genauso. Das wird doch relativ klischeehaft, dass, ähm, na, nur Weiber, Weiber spielen und Männer, Männer. Aber die, verdammt, ja genau. Die Kaiserin von China. Ach man, jetzt verreckendlich. Geht doch. War die nicht eben schon mal bei uns drin? Die andere? Egal. Ach nee. Schon wieder einer von denen. Greif den doch mal magisch an. Wie soll's da nicht drauf hauen, Mädels? Jetzt haben wir schon eine Magierin hier drin und dann... Ja, genau. Ich versuche. Geht hoch. Mach irgendwas, aber geh mir aus dem Weg. Geht hoch. Oh, der lebt ja doch noch. Nicht mehr. Oh, das geht relativ gut EXP noch, oder? Kommt mir das so so vor. Hopp. Au, hopp. Wieso steht denn die nur da? Hat die gleich ein GC, oder was? Steht immer noch nur da, oder? Ach nee, da ist er. Alles klar. Dann hat sie wohl grad irgendwas machen müssen. Ach komm, du hast doch schon nichts mehr. Du stirbst doch endlich. Oh. Team Up. Ich will ihn doch hauen. Ja, wie gesagt, ich hab gerade relativ wenig zu quatschen. Weil ich immer zur Tür gucke und schaue, ob wir jetzt fahren oder nicht. Oder ob er kommt oder nicht. Oder wie auch immer. Weil es ist scheiße hier. Er hat immer nur auf dem Strom zum Rocken, ja. Die Fliegeln und die Sport, um in den Garten zu fahren. Und da passiert nichts. Ja? Hätte ich doch seinen kleinen Guru dann auch herholen können mit dem Deutschler. Aber nöööööö. Ich hab zwar gesagt, ich will noch duschen, aber so lange braucht kein Mensch drin duschen. Ah ja, gut, stimmt nicht. Ich kenne mindestens einen und mit dem wohne ich zusammen. Jetzt könntet ihr hier langsam aber... ...das Weide suchen. Geht doch. Ja, 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 ich komme ja schon. Ist das nicht dieser blöde Boss hier? Ja, geil, jetzt soll ich Brötchen holen. Och, nö. Och, Mann. So, und weiter. Auf habe ich ja jetzt mal überhaupt keinen Laun. Anstirb endlich, Mann. Ja, 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 ja. Ach, Mann, ist das schön, wenn man Sachen anders plant und... Ach, Mann, so ein Dreck, ey. Ehrlich. Was für ein Ding? Okay. Ach, ne, ist nicht der doofe Boss. Na, komm her. Au, 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 warum tut der mir weh? Der tut mir ja weh, der ist ja doof. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir eine erste Runde geschafft. Na, nun geh drauf. Ach, verdammt, ich hau natürlich noch in die falsche Richtung. Gut, mein MVP ist es nicht. Na, egal, was soll's. Halb so wild. Okay, damit haben wir wieder ein Quest abgeschlossen, wieder einen Dungeon mehr. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Na, welchen Rang? Na bitte, geht doch. Wenigstens. Also, bis dann. Ciao.